Herzlich Willkommen an diesem Tag mit dem historischen Datum 11.12.13. Vorhin war es auch 14.15 Uhr. Ganz toll, ich habe ja auch extra gepostet. Falls ihr möchtet, könnt ihr da runterschreiben. Dann haltet ihr halt fest, was ihr heute gemacht habt, um irgendwann mal nachzuschauen. Stimmt, an dem Datum habe ich gerade geschlafen. Oder war ich bei Facebook, habe ein Gewinnspiel gemacht. Okay, nichtsdestotrotz kommen wir heute zur Gewinnermittlung. Also was wurde gestern, oder der Preis für gestern, für den 10. wird heute ermittelt. Wie immer, eine Tafel Schokolade, eine Alpemilch, Vollmilch und das dazugehörige Rubbeldose auf der Nummer 10. Das ist es. Dann wollen wir hoffen, die 10 vielleicht auch 10 Euro bringt. Das wäre doch mal was. Okay, ich lege los. 5 Euro. 1000 Euro. 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent. Wollte ich schon gar nicht mehr weiterrubbeln eigentlich. Immerhin 50 Cent, fast eine Tafel Schokolade, haben wir heute noch als Barpreis dazu. Das packe ich mit in den Umschlag. Und der oder die Gewinnerin wird wie immer später hier unter diesem Posting bei Facebook veröffentlicht. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Macht was Außergewöhnliches, damit euch das Datum in Erinnerung bleibt. Ja, und wir sehen uns morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.